Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Battlefield Pistolen Server und hier vor mir rennt schon der eine Gefährt, den ich heute dabei habe und der andere, der Matthias vorne, Hydros 2 und Pascal, Hutrun, oh, Knackarsch. So, und wir ziehen in die Schlacht, Pistol Only und das bedeutet auch nur die legitimierten Pistolen, die auch wirklich Pistolen sind, also keine Shorty-Scheiße. So, Matthias ist Squad Leader, also Boss. Genau. Und wir haben uns geeinigt, dass hier schweizerdeutscher Sprachverkehr herrscht, also bei den anderen, nicht bei mir. Genau. Das heißt, sie dürfen schweizerdeutsch reden und ihr seid, falls ihr nicht schweizerdeutsch versteht, ein bisschen am Arsch, aber dann erfreut euch an den Kills. Viel Spaß. Ja. Jetzt muss nur noch gut laufen, das ist ja schon. Das wird schon funktionieren. Hat ja vorher geklappt. Genau. Upsa. Kommt schon hier, Blendgranaten geflogen. Ah, das ist eigentlich auch nicht mehr. Gebt mir Deckung, ich nebeln selbst. Oh, verdammt. Nicht der beste Matchstart. Es funktioniert nie denn, wenn es... Ja, so sieht es aus. Upsa. Ja, besser, wenn ihr schon dort seid, ich bin jetzt normalerweise wieder drin gespawnt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist nicht schlecht. Kann man doch so sagen. Sie sind draußen, sind sie auch schon. ja sehr komplett bis zu alpha nach hinten ist umgefallen ja ich versuche dich noch zu kriegen was ist denn los hier also bei mir jetzt nicht ganz das ist nicht gut dass ich gut bis mit katastrophen aber gut ich gehe mal zu einfach ganz dahinten wieder fangen das ganze von vorne an hast du bist jetzt gott leader matthias steht jetzt schau mal ob der gegner sind clean aus bis jetzt aber wir können fast darauf wetten dass von bravo welche hergerannt kommt hinter uns ich habe auch gerade pech zu kriegen von allem wo er mich hätte treffen können muss er mich in den kopf treffen okay es wird nicht besser ich probiere eine neue waffe aus für alle die sich für waffen interessieren das ist die cz irgendwelche zahlen ja 75 stimmt was ich freue mich auch dass durch die aufnahme ist aber ich verstehe ich den ich hätte habe töten können kriegst mich matthias scheiße ich bin anders erschossen auf einer meiner seite hat versucht einer durchzukommen der hat das verkündigt immer so schön anderen wenn es geklappt hat hat okay warte den messer ich schade er was wird das stehen bleiben messern lassen sie ja aus der moment vorhin bevor ich merke es gerade okay ein bisschen hier in der falle gerade sonst erst frei kämpfen auch kommen netcode hustt hustt ich habe keine munition mehr matthias bist du in der nähe ich habe keine munition mehr ich bin leider in diesem zwischenraum ich habe auch keine munition mehr lass mich ja 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 das ist so geil nein defi kill der zweite schon scheiße du bist vorne hier immer wieder oh gott mein armes mikro ich vermutlich wird es schrecklich zum anhören sein in der nachbearbeitung was machen wenn ich so rumschreie die match werden nochmals eigentlich veröffentlicht alles easy so da sind auch welche drin da ist ein feind ich glaube ich habe jetzt etwa die hälfte meiner kill zum nahkampf gemacht bisher verdammt fehler oder nicht fehler doch doch alles richtig gemacht und der matthias gibt sogar deckung das funktioniert doch ganz gut jetzt bin ich gemessert worden zur abwechslung ok gut da ist es so ist wenn einer messer damit ist meistens und domino effekt nachher ich habe wieder mal ein fadenkreuzen nicht mehr gehabt von von charlie aus von charlie aussitzen stehen sie keine munition als defi raus es gibt es doch nicht jetzt wieder zu alpha was denn los mit unserem team vorher nicht so recht gut ja die team sind gemischt worden jetzt haben wir diesen ll-clan drin die sich ärgern wenn sie das video hören und und hören dass ich sage dass sie der grund sein dass wir verlieren ich meine man ja vorher richtig gut der schuss bleibt der bravo wir haben genug bei alpha noch ein paar zwei millionen leute die das ding verteidigen ich glaube sind sie zwar niemals draußen um ehrlich zu sein jetzt gerade markierung nach also so sieht aus die brückendeckung während er darin macht keine munition mehr matthias kannst du mal geben matthias auf das ist eine schlechte situation keine munition zu haben ja ich bin nicht bei dir gewesen ich habe noch versuchte bei alpha zu helfen und drei was nicht online wacke ich etwa bin ich gebe ich bin ich gebe ich habe schon schön ok wenn wir sie aufmischen auch money jetzt money moment ich belebe dich in ja gut was jetzt hätte ich gerne mal money bitte danke da ist 100 von sporen da draußen ja sowieso so wie eben da sie und ich weiß ich muss ich weiß ich muss ich 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 ja da ist er, oh fuck muss das Meer sein, dann scheiße, das ganze ist gut schabalabadubi, aber vielleicht kommt der Sammy auch noch nicht nur offline, glaube nicht ach so ist er offline, hat er wieder Titan vorgespielt und eigentlich nein, er hat Freunde, verdammt scheiße oh Gott der Mangel an Eiern, der nötig ist, um dort zu campen, nein hinter dir, hinter dir, hinter dir verdammt, genau das meinte ich den Typen, camp die ganze Zeit dort unglaublich aber du bist immerhin noch nicht verloren und das ekligste ist, ich hätte jemand messern können, wenn er mich nicht erwischt hätte bei dir backt gerade auch die Nachladeanimation rum ich krieg sie einfach nicht ah man so bringt sie von und hä, warum bist du gestorben ich krieg dich oh scheiße da ist einer hochgekommen ja erledigt, scheiße ach komm da ist lass mich doch dem Typen ein Messer zwischen die Rippen stecken, wenn ich Freude dran hab wieso denn nicht aber mir gefällt wie der oberer Teil das unserer score ist unser scoreboard einfach mal grün ist das ist gut oh wie viele da sind what the fuck ich kann mal hinter dir zu echo das halbe Team ist da horror ach scheiße das ist irgendwie das schieß markiere von der 5 spawnt bei charlie und läuft von dort aus zu bravo das ist schlauste gerade der jetzigen Situation und das war gleich bei bravo das gleich auch nur einer oder so so vielleicht können wir uns mal wieder lösen die aus der umklammerung des todes des feindes mhm die Wungebäude ah jetzt haben sie das bond draußen zerstört ok ok so schnappen wir sie uns ah ah fuck ope ein honey gut sieht sauber aus sieht sauber aus würd ich sagen aus der ope da da ich hab noch 6 Schaus Matthias wo bist du da hinter dir mit weniger der andere hat auch reagiert sehr schön zu sehen dass es auch Versorgung gibt die ohne dass man Munition anfordern schreit mal was rausrücken das wäre schon sie auch ihre Punkte hat er ist unten drin ne ich hab wieder hin zu so läuft ach komm da drüben bei der Treppe könnt ihr nicht einfach durchrutschen wenn ihr leer der Tasse drückt sondern stattdessen bleibt die erstmal hängen zwischendrin ach doll da ist da ist da ist oh bravo wird überflutet ja ich kann mal das Geld noch und würde brauchen das darf doch jetzt nicht wahr sein dass sich irgendein Depp vor mich schiebt während ich dort warte jetzt kontinier fast so schlimm wie Türblocker ich würde euch empfehlen oben zu bleiben um ehrlich zu sein außer dann blockiert weil von oben nach unten geht es schnell aber von unten nach oben dauert länger ja ich glaube er spawnt mal sehr hier oben ah da kommen sie von außen mhm hab den ersten erwischt nein der andere lab noch aber hier ist dein Medikett man ok gehen wir jetzt erst Charlie oder er ist mal da Charlie die abschiesse heute schon wieder mit Delta dann kann man sich mit Charlie aber das steht jetzt erst kann man auch machen so ah tschüss achten da ist einer ich nebel uns mal ein hier ich nebel uns mal ein hier ich nebel uns mal ein hier so total taktisch und ich weiß weil ich finde es trotzdem lustig einfach ein bisschen rum zu nebeln wenn man ja keine granaten benutzen darf die schaden machen weil die die blendgranaten hast du trotzdem ein risiko weil einer stark angehettet ist tötest du ihn damit ja komm ja war zu erwarten da kann ja nicht immer gut gehen kann ja nicht immer gut gehen ne ne ich hatte keine ich habe mein magazin ausgeschossen da musste ich zu drastischen maßnahmen greifen ja jetzt kann ich mal die das das rückland zurückerobern hm ja genau habe ich rückland meinst du auch vertreten ja das meine ich was ist das für ein bullshit gerade so ein blödsinn achten hätte der ecke ist noch einer achten hätte der ecke ist noch einer da kommen sie gerade jetzt flut auf delta scheiße sauber einer von uns hat den gemässert der mich getötet hat oh man gott muss unser team eigentlich immer dahin gehen wo wir gerade sind das ist unglaublich krsch kr guys fr kr